Ja, meine Leute, Fraps wieder. Sorry, ich hab Pause gedrückt, es tut mir wirklich sehr leid. Es geht auch sofort weiter. Mach das alles wieder einmal? Was über alles, die wir verabschiedet haben? Das ist zu viel. War das eine Erinnerung von 50 Jahren? Okay, es war also, so wie sie sagt, eine Erinnerung von vor 50 Jahren und ja, ich möchte das Spiel in den Spielschein speichern. Und nochmal, es tut mir wirklich, wirklich, wirklich tiefe Nacht. Leid, Leute, dass ich diese ganzen Cuts machen muss. Ich bin ein bisschen verwirrt. Your hair is so beautiful. Okay. Does everyone in your homeland have hair like this? Where I come from? Ja, wo comes to here, Aaron? Oh, Aaron wird geplagt von Albträumen, so wie es aussieht. Nein. Am nächsten Morgen. Hat unser tapferer Krieger aber doch auch ein wenig Angst? So, ich denke mal, Helena hat es für uns übersetzt, was wir übersetzt haben wollten. Danach reden wir mit ihr. Jeder der Götter, mein Stigma, jeder der Götter des Arios hat sein eigenes Symbol. Laut des Textes aus dem Keller gibt es insgesamt zwölf Symbole. Ob sie dem Stigma des Fluchs ähneln? Tun sie, tatsächlich. Und noch was. Textregister. Nützlich aussehende Bücher. Alte Texte des Arios. Hymnen des Arios. 13 Tipps für die junge Liebe. Ha, herrlich. Toll. Vielen Dank für alles, Aaron. Kein Problem. Über die Träume, mein Süße. Ich hatte letztendlich einen Traum, der ein bisschen anders war von den anderen. Niemand war absolut faszinierend. Und ein Bild wurde durch dieses Flachstum. Es war schrecklich. Er war schrecklich. Merkwürdig. Irgendwas stimmt da noch nicht. Mafta, du musst mir ein paar Sachen reparieren. Ja, habe ich. Tausend immer her damit. Du hast neue Waren im Angebot. Was hast du denn Feines? Was ist denn? Entschuldigt, da muss auch ich gerade mal gehen. So, herstellen, reparieren. Reparieren bitte. So, und den Weg herstellen bitte auch. So, und den Weg herstellen bitte auch. So, du musst mir nichts in der Rückkehr geben. Wir helfen uns. Also, glaube ich doch mal. Manjo, ich werde es anlegen. Aha. Aha. So, das lege ich mal ab. Und, du kommst mal hier hin. Du kommst hier hin, das bedeutet, du kannst denn hier hin. Der Wächterstein kommt hier hin. Du kommst da hin. Das Krieger-Amulett batze ich da hin. Eine Info darüber. Ja, gut, das würde mir jetzt jetzt nicht wenig bringen. Ähm, gut. Das haben wir jetzt auch erstmal alles soweit. Dann rufen wir noch einmal Mafta. Waffen verbessern. Sehr schön. Das Schwert wurde wieder mal verbessert. Die Lanze, diese Sense ist immer noch besser, ey. Es ist echt krass. So, erst mal Medizin noch mal kaufen. Alex hier, Heilmittel. Ähm, ich glaube, das werde ich mir auch noch mal kaufen. Hä? So, dann war's das erstmal jetzt wirklich. So. Dann gucken wir, was uns jetzt erwartet, würde ich mal sagen. Wach? Mal kicken. What the fuu? What the fuu? What the... Ich glaube, das war's jetzt erstmal mit Pandora's Tower. Für diesen Part. Ähm, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich dann den arkadischer Turm, wenn ich in dem arkadischen Turm drinne bin. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Let's Play. Also jetzt dieser Part vom Let's Play. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wisst ihr ganz gerne, wie ihr das tun könnt. Abonnieren, favorisieren und natürlich einen Daumen hoch geben. Schreibt's in die Kommentare, wie ihr das Let's Play findet, wie ihr mich findet. Wenn ihr mich scheiße findet, schreibt's rein. Wenn ihr mich toll findet, schreibt's ebenfalls rein. In diesem Sinne sage ich, viel Spaß und bis gleich.